einen wunderschönen mittwochnachmittag wünsche ich euch hier ist eine neue folge ls 22 auf der adelshofen zusammen mit der sowie den martin und auch meiner wenigkeit schönen guten tag ja habe ich am oder ganz vergessen gehabt wir sind auch wieder live auf twitch unterwegs so wie wir das bei der frühlingbahn deswegen nicht wundern wenn ich zwischendurch einfach mal auf den chat eingehen könnte auch gerne vorbeikommen twitch kanal ist eine video überschreibung verlinkt und natürlich auch mein neuer instagram kanal ist auch findet könnt ihr auch gerne vorbeischauen ja so sieht es aus mittwoch bergfest das heißt für mich ich muss noch genau sieben tage arbeiten dann habe ich endlich urlaub verdammt das sind noch so lange sieben tage das ist so ein scheiß junge ich komme dir gleich da rüber alter was stimmt nicht mit dir ja hier links vor rechts und so ja quer vor schrägen ja war es alles gut ja sicher bei dir waldheit hallo grüße ibims 1 mark 1 mark der schrägner querfahrer was hast du denn als dieses abkuppeln aber ich vergesse das ist sehr wichtig nein das ist schön ich finde das toll aber dass ich es vergesse ist nervig das ist ja dein problem danke ich hab dich auch lieb ja ich dich auch wenn du schläfst der schießt aber gut über die kleinen reifen ja mittwoch mit bergfest ich war vorerst bei dienstag gewesen ach schon wieder ja ja war schon wieder soweit das ist egal was macht ihr denn noch so in der woche arbeiten wie musst du denn arbeiten eigentlich ich hab gehört fast wo 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 mit soi ist so ja mann ist so also wenn ihr wollt Junge haben wir noch einen Viertes Spielers was haben wir Jemand Viertes das wäre schon geil vielleicht können wir Stuhl davon überzeugen kriege wir bestimmt jemand oder Sunny so wer zu Viertes immer geiler findet oder Mini so Clan Attack haben wir da alle durch Micha könnte auch spielen Micha hast du Fassmo Spiegel ausklappen nein Spiegel ausklappen du blöd was was hast du hast du gerade Spiegel ausklappen gesagt ja ich hab meinen Namen gehört ja Fassmo wir spielen mit Precision Farming ja weiter weiter ist dir das noch nicht aufgefallen oder was nein ich hab mir noch nicht drauf geachtet ja da so ach kalt grifft er ja gar nicht so weit ich Idiot kalt grifft er ja gar nicht so weit hat er nicht das müssen wir dann ändern Freitag 20 Uhr mit wem hast du da denn jetzt was Sunny versteht sie das nicht die alte Frau wollte sie nicht eh schon mit dir noch zocken ja eigentlich wollte sie eh schon mal mit mir zocken vor fünf Wochen aber ist okay ist das die Sunny die ich glaube die es ist nein bitte ok muss ich schauen ob ich da bin ja ansonsten nehmen wir jemand anders scheißegal oh ich werde ein spieler für spielen ja ich war doch gar nicht da ja 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 ich bin zack kalt aus bummsi bummsi schubidubidum schubidubidum schubidubidubidum boah jetzt lässt er so eine ganz kleine blöde Ecke so einen Cocktreifen hier hängen ja nachziehen der Vorteil ist ja jetzt da wo man schon gekalkt hat kalt der ja nicht nochmal das heißt alles wird nicht allzu viel kalt verballert alles gut sch allowed ist soweit jo jo ja komm doch mal bald in Kassel vorbei du kannst ähm 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 bitte sag zu flügen willst du flügen? nein ich will flügen aber grübern kannst du Gruben? Hey klar, die 35 muss geflückt werden. Ja, wir sind aber jetzt ja noch auf der... Okay. Du bist vielleicht noch hier. Aha. Äh, wieso schmeißen der Dings nix hin, der Dussel? Der Dings? Wumms? Man muss das nicht haben, oder was? Lalalalalala... Lalalala... Lalalalalala... 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 Okay, ja, gut. Du mich auch. Jetzt hab ich echt den Dünger schon weggepackt, dabei hätte ich die 35 ja auch direkt... Oh, du bist ne Pfeife, bist du. Richtiger Held, alter. Hast du Fieber? Ja, hab ich, Lotte. Kann ich nicht auch einfach das tiefenlockern, obwohl es gar nicht tiefenlockern ist? Achso, das ist ein grober... Ist das ein grober? Ein tiefenlockerer haben wir nicht, wir haben Flüge. Ihhh. Genau. Wir haben zwei Flugs. Dann grober ich doch. Achso, das ist ein grober. Ja, dann grober ich doch. Einen vorne und einen hinten. Kannst du dran machen. Was? Nein! Doch, geht schon. Glaube ich das. Ist halt komplett unrealistisch, aber... Gehen tut es. Es gibt Frontflüge. Ja. Ja, aber nicht zweimal dieselben. Nein, nein, nein. Das ist so. Jetzt kann ich hier nicht fahren, Aura. Oh wow. Weil, wenn du immer noch Pflegebereifung drauf hast und möchtest jetzt flügen... Hui! Ich sag mal so. Ich sag mal so. Ist blöd, ne? Da ist ein Werkstatttrigger am Hof. Nur so, just for info. Achso! Okay. Weil, du kannst doch nicht über Pflegebereifung einen grober übers Feld ziehen. Was meinst du, was der macht? Der buddelt sich ein. Schreibe mich nicht an, ich bin so ein Siebel. Ja, sag ich ja. Äh, konfigurieren. So. Dann hauen wir mal Kalk drauf. Oh, ah, hm. Das ist vielleicht ein bisschen nicht teuer. Was hast du denn jetzt genommen? Ich wollte erst den Pflegebereifung nehmen. Dann hab ich gesehen, dass das 12.000 kostet. Und dann dachte ich mir, hm, nee. So, was macht der Mark? Guten Eindruck. Kannst du einen Auftrag machen, Ballen pressen. Was? Alles klar. Da bin ich dabei. Haben wir alles dafür? Ne. Oh, da sind wir mit diesen Kackgabeln. Da hab ich keinen Bock drauf. Gibt's keinen blöden Wagen dabei. Oh, aber nirgendwo, ey. Ach nee, ich geh, glaub ich, mal düngen ne Runde. Ja, dann, wenn du dir den Dünger nimmst, dann komm hier unten an der 35 Nummer eben rum, bitte. Jo. Danach, wenn ich hier fertig bin, kannst du den Spiegel ja mitnehmen. Woll ich dafür auch andere Reifen? Ne, ne? Ne. Okay. Das mach ich ja auch mit den Zwillingsberatungen so, mit den Pflegebereifen. Pflegereifen. Pflegebereifen. Pflegebereifen. Pflegebereifen, ja. Halt nur Feldarbeit funktioniert natürlich nicht, logischerweise, weil du ja keine Auflagefläche hast, ne? Nicht dein Ernst. Ey, ich wollte das nur noch mal erklären für unsere Dame hier. Gehe ich in Ruhe. So, jetzt hauen wir da noch mal ein bisschen dünger hin. Ja, kann man ja schwachsinnige Ideen, einen Flug zu kaufen? Ich freue mich für einen Freund. Ja, das ist super. Also, wenn du mich kennenzulernen würdest, dann würdest du, dass wir hier gerne fluchen. Äh, fluchen. Ja, fluchen okay, aber nicht flügen. Seeshuttert. Und meinst du, was wir hier schon für einen fetten Auftrag hatten? Jo. Da waren wir mit zwei Flügen drauf. Ja. Ganze Woche. Ganze Woche. Aber auf der Untergrießbach hast du doch auch immer, äh, drum gebettelt, dass wir einen Teamlokra holen. Äh, ich hatte aber auch den Flug dahinter gehabt. Zeiten ändern sich, Zoe. Nein. Wir sind jetzt anders. Ich merke es. Ich merke es. Es macht mir Angst. Oh ja, das war eine Woche, Jungs. Ja, Lotte war live dabei. So. Zack. Zusammenbauen, runterlassen, äh, Gerät runterlassen. So. Wolltest du den Spiegel nicht nehmen wegen Dünger sparen? Weil vielleicht musst du ja gar nicht überall Düngen. Das macht er doch automatisch schon. Ne, eben nicht. Oder hast du die Spiegel dran? Ich hab Spiegel dran, ja. What the fuck? Wieso hast du Spiegel dran, Junge? Weil ich Spiegel dran hab. Weil ich Spiegel dran hab. Der hat die Spiegel dran. Ja. Ah ja, stimmt. Ich wollte sie an den Case nicht anbauen, weil ich den Case ja nicht bis ewig behalten wollte. Richtig. Ich arbeite ja immer noch auf'n 7er Johnny hin. Ach, jetzt steige ich ein. Ich wollte doch den ganzen Kladderadack wieder anbauen. Kabel. Richtig. Südpferdchen. Er hat Spiegel an seinem Schlepper. Zoe? Hm? Hast du Spiegel an deinem Schlepper? Nein. Warum? Niklas, die sind ausgestellt. Da kannst du so lange rumforzen, wie du willst. Ich war nämlich clever. Das kannst du gleich machen, wenn wir bei der Freundesfolge durch sind. So. Feld 11. Wo ist denn das überhaupt? Wollen wir grad mal gucken. Hattest du dir den Klaas geholt gehabt, oder war das der, der auf dem Hof war? Das war der, der auf dem Hof war. Den hab ich mir nur umkonfiguriert. Ach so. Wolltest du kein New Holland haben? Nein. Warum? Wir haben einen Schlepper mit einem Kampfer. Äh. Ach so, alles gut, alles gut. Nee, kein Ding. Ich möchte gar keinen Kommentar hören. Dann, gute Nacht Niklas und wir hören und sehen uns. Gute Nacht Niklas und vielen, vielen Dank nochmal für dein Böhmchen. Dankeschön. Gute Nacht. Ich denk mal. Was incredibly Leitungen in Aben. Hat man ausgezelt? Ja. Warum? Äh, weil... der glaube ich Kacke war? Warte. Wenn es... warte Nein! Nein, 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 äh, 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 fuck, ihr, ne? Oh ja, ihr seid euch nicht besser geworden. Nein. Nein. Junge. So, den Spiegel und das Fließchen, ja. Moment, den Spiegel packe ich jetzt neben den Hochdruck ein, hier, so. Ah, Gott, den Spiegel an seinem Schlepper, da komme ich noch nicht drüber hinweg. Hm. Aber das ist noch gar kein Spiegel, das ist doch so ein... Wie heißt es so? Pflanzen-Sensor. Ja, danke. Ja. Ja, genau. Ja. Ach, ich habe nicht abgelassen. Hier, red. Ablassen, aussteigen. Abelie. Ja, ich will doch das Kabel erst abmachen, danke. So. Ach, danke. Schade, dass du halt nicht den Befehl dafür kriegst, also dass er anzeigt, was es an ist. Ja, das fehlt so ein bisschen, ja. Das ist echt gut. Ja, bei dir ist er auch gemattelt von, ne? Ja, aber er zeigt mir da ja selber nicht an, ob an oder nicht an. Ja, dann stoppt. So, du bist jetzt mit am Klubbern. Dann... Düngen haben wir, Mulden haben wir, Ansehen. So, dann schnappen wir uns jetzt mal das Saatgerät. Sollten wir vielleicht eher Steine, ich meine? Äh, liegen da welche? Ja, da liegen welche. Verdammt. Ach, unglaublich. Wir haben gar keinen Steine-Sammler. Was wollen wir kaufen? Ja, nur der ganz große kostet 50 Steine. Egal, diskutieren wir morgen aus. Wir sind fertig für heute, ihr Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Oder wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Dörmchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Und, äh, ja, schreibt ja mal einfach mal eure Meinung rein, wie ihr so die ganze Geschichte aktuell hier findet. Und, äh, ja, würde uns mal so sehr interessieren. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Und bis morgen dann. Ciao, ciao. Bis dahin. Bleibt gesund. Habt viel Spaß. Und, äh, ja, gehabt euch wohl. Tschüss.